Hallo ihr Schönen! Habt ihr Lust, mich dieses Jahr noch live zu sehen? Wenn ja, ist das noch möglich zu vier Gelegenheiten, bevor der Winterschlaf für mich beginnt und ich für mindestens ein halbes Jahr mich verkriechen werde. Meine letzten Konzerte sind noch diesen Samstag, am 5. Oktober, in Bayern, in Rudelshausen. Das ist nicht ganz so weit von München entfernt. Dann am 10. Oktober spiele ich in Leipzig im Tapetenwerk in einem total schönen Atelier, während ein Künstler dazu ein Gemälde anfertigen wird. Am 11. Oktober spiele ich in Döbern, das wird mega schön, in so einem Hof ganz weit draußen mit der Möglichkeit in Zirkuswegen, Zelten, eigenen mitgebrachten Bands zu übernachten. Ich glaube, es wird so richtig, richtig schön, total schöner Ausklang, bevor es dann am 26. Oktober zum letzten Konzert der Tour geht. Und zwar spiele ich da in Hürth, das ist nur 10 Minuten unter Köln, im Gewächshaus Kräuterkind. Und das ist immer ein ganz besonders schöner Tourabschluss. Danach sitzen wir am Feuer und sind miteinander. Ich freue mich, wenn ihr kommt. Untertitelung des ZDF, 2020